Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Oberkassel. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 41 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 950 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Gern beantworten Sie uns.